Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinklickst. Ich habe mir heute den Fahrradrucksack Moab Jam von Jack Wulskin genauer angesehen und das erwartet dich jetzt. Das Rucksackmodell Moab Jam von Jack Wulskin ist mit dem atmungsaktiven ACS, Tight Rücken System, ausgestattet. Nicht nur bei Fahrradtouren, sondern auch beim Wandern ist der Moab Jam ein praktischer Begleiter. Der Hersteller verspricht einen sportlichen Allrounder. Grund genug, mir den Jack Wulskin Moab Jam Fahrradrucksack genauer anzusehen. Den Jack Wulskin Moab Jam Fahrradrucksack gibt es in vier Ausführungen mit 30, 24 und 18 Liter Volumen sowie mit 18 Litern Volumen in einer Frauenausführung. Da Frauen im Durchschnitt einen etwas kürzeren Rücken als Männer haben, ist die Frauenvariante etwas kürzer geschnitten. Das ACS, Tight Rücken System vom Moab Jam sorgt dank zwei weichen Rückenpolstern und dem zentralen Lüftungskanal für die optimale Rückenbelüftung. Die breiten, weich gepolsterten und ebenfalls sehr atmungsaktiven Schultergurte sorgen ebenfalls für einen hohen Tragekomfort. Der Moab Jam hat einen höhenverstellbaren Brustgurt mit Signalpfeife und einen leicht gepolsterten Hüftgurt. Wird der Hüftgurt nicht benötigt, kannst du diesen hinter dem Rückenpolster verstauen. Der Jack Wulskin Moab Jam 30 Liter Fahrradrucksack ist zusätzlich mit Lagekontrollrühmen ausgestattet. Wie du den Rucksack richtig auf den Rücken einstellst, das zeige ich dir in einem extra Video. Klicke einfach auf den Link in der Infokarte hier oben. Mit seinen jeweils ca. 800 Gramm beim Moab Jam 18 und Moab Jam 18 Vimmen, 850 Gramm beim Moab Jam 24 und ca. 1090 Gramm beim Moab Jam 30, gehört der Fahrradrucksack Moab Jam von Jack Wulskin zum Mittelfeld der aktuell auf dem Markt angebotenen Rucksäcke. Öffnet man das Hauptfach vom Moab Jam, sticht einem gleich das Gummizug in den Fach ins Auge. Dieses bietet Stauraum für eine Trinkblase. Über dem Fach befindet sich eine Schlauchführung sowie eine Schlauchöffnung für das Trinksystem. Alle vier Moab Jam Ausführungen haben ein Organizer Vorfach. Der Moab Jam 30 hat ein größeres Vorfach mit zwei Einschubfächern und einem Reißverschlussfach. Alle vier Ausführungen haben einen Schlüsselhalt im Vorfach. Der Moab Jam 24, 18 und 18 Vimmen besitzen außen ein elastisches Helmfach. An einer Seite befindet sich hier eine Gummihalterung, an der du beispielsweise eine Trinkflasche oder eine Luftpumpe befestigen kannst. Der Moab Jam 30 hat kein Helmfach, wird aber mit einem verstaubaren Helmbeutel ausgeliefert. Den Helmbeutel kannst du an der Front an vier Halterungen befestigen. Der Moab Jam 30 hat zwei Seitentaschen. Hier kannst du beispielsweise Getränkflaschen bis zu einem Liter oder eine Luftpumpe verstauen. Einer der beiden Seitentaschen ist mit einer Luftpumpen- und Flaschenfixion ausgestattet. Der Jack Wolfskin Moab Jam 30 Fahrradrucksack besitzt ein Bodenfach mit Reißverschluss-Trennwand für einen Zugang zum Hauptfach. Der Moab Jam Fahrradrucksack von Jack Wolfskin hat keinen festen Boden. Das Rucksackmaterial ist leicht zu reinigen und wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Deshalb solltest du den Moab Jam Rucksack von Jack Wolfskin mit einer Regenhülle überziehen, wenn es regnet. Die Regenhülle wird mit dem Rucksack ausgeliefert und ist in einem Reißverschlussfach am Boden verstaut. Der Moab Jam in allen vier Ausführungen ist außen mit Tracking-Stockfixierungen sowie mit einer Befestigung für eine LED-Leuchte ausgerüstet. Am Höfgurt befindet sich eine praktische Reißverschlusstasche. Die Seitenkompressionen, die Reflektoren vorne, an der Seite und an den Trageriemen sowie eine Aufhängeschlaufe zählen zu den weiteren Bluspunkten vom Moab Jam Fahrradrucksack. Den Moab Jam Fahrradrucksack gibt es auch in einer Kitz-Ausführung. Der Jack Wolfskin Kitz Moab Jam Fahrradrucksack ist sehr ähnlich wie die großen Moab Jam-Ausführungen aufgebaut. Der hat 8 Liter Volumen, ein großes Hauptfach mit Trinksystemvorbereitung und ein Vorfach mit Schlüsselhalterung. Der Jack Wolfskin Kitz Moab Jam Fahrradrucksack hat eine elastische Einschub-Fronttasche und zwei Netz-Seitentaschen. Der Jack Wolfskin Kitz Moab Jam hat keinen Hüftgurt und keine Signalpfeife am Brustgurt. Mein Fazit, mit dem Moab Jam von Jack Wolfskin entscheidet man sich für einen sehr guten und funktionellen Fahrradrucksack, der einen optimalen Trageriemen vor und perfekte Rückenbelüftung bietet. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du hier oben in den Infokarten einen Link, über den du genauere Infos erhältst. Wenn du bereits eigene Erfahrungen mit dem Fahrradrucksack Moab Jam von Jack Wolfskin gemacht hast, dann würde ich mich über deine Kommentare sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns! Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du mich direkt im Shop besuchen oder dir hier noch eines meiner Videos ansehen. Vielen Dank und bis bald!